Das ist ein Testvideo. Ich weiß nicht, wie es bei euch ankommt. Ich habe euch versprochen. Ich möchte neue Formate auf meinem Kanal hochladen. Ich möchte Videos rausbringen, die euch Spaß machen und auch wirklich bei euch gut ankommen. Deshalb werde ich inspiriert von unsympathisch.tv, ein gigantischer YouTuber. Ich lese einfach witzige WhatsApp-Chats und werde darauf reagieren mit meiner Art und Weise. Schreibt eure Kommentare hin, egal was unter diesem Video, damit dieses Format lebendig wird. Damit weitere Formate bzw. Episoden online kommen. Also meine lieben Freunde, wir werden jetzt mal auf die witzigsten WhatsApp-Chats reagieren. Person A. Hey, was machst du so die Woche? Person B. Ich bin die Woche in Kroatien mit zwei Freunden. Person A. Oh, okay. Mit wem? Wo seid ihr? Ab wann? Person B. Mit zwei Freunden in Kroatien. Diese Woche alles klappt. Das ist genau diese Art und Weise, wenn man nicht mehr Informationen rausbringen möchte und die Person immer wieder mehr fragt. Person A. Mama, mach die schreckliche Musik aus. Ich will schlafen. Person B. Na toll, du hast mich geweckt. Was für eine Musik. Ich muss morgen früh raus. Person A. Oh, sorry. Hab die Stöpsel noch im Ohr. Digi. Mama aufgeweckt. Digi. Raus. Geh raus. Person A. Hey, bist du zu Hause? Willst du feiern gehen? Person B. Hm, grad ganz schlecht. Ich bin bei meinen Eltern in Augsburg. Person A. Lüg nicht. Ich kann dich vom Balkon aus sehen. Du bist im Bett. Fauler Hund. Komm jetzt. Person B. Pfff. Stalkerin. Hey, Moment. Ich mach mich frisch. Die Lüge ist hier komplett schiefgegangen, mein lieber Freund. Digi, du liegst in Augsburg im Bett, oder was? Alter, halt dein Maul, Digi. Das war es schon wieder mit diesem Video, meine lieben Freunde. Wie hat es euch gefallen? Ich hoffe, ihr hattet wirklich viel Spaß und euch haben diese WhatsApp-Chats wirklich sehr gefallen. Wenn es der Fall ist, meine lieben Freunde, dann lasst meinen kräftigen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr Videos. Ich versuche, wie gesagt, mehr Formate rauszubringen und versuchen, euch wirklich am Laufenden zu halten. Danke für jeden Support. Schreibt mir unten eure Ideen und schreibt mir unten auch weitere Kommentare, die ich in den nächsten Videos einblenden kann. Mit dem Sinne, alles, alles Beste und bis zum nächsten Mal. Peace out. Peace out. So ein warenh lubric für heute. Bis zum nächsten Mal. So ein warne disintegr, als angekündigt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.